Haben sie Glück gehabt, dass ich das nicht zerstöre. Aber sie sind ja ein Gott. Oh Gott, die Götter muss man zerstören. Oh, sie wissen das ja. Oh, 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 Freunde, ihr seid ja auch da. Das ist schön. Oh, dann bin ich nicht so alleine. Oh, na ja, das ist immer langweilig, wenn ich alleine bin. Ja, ich nur Gras putzen und Fickel zwitschern. Oh, was soll ich machen? Oh, keine Ahnung, aber ihr seid da. Das ist toll. Oh, aber wo ist Gott? Ist ja immer noch arbeiten. Oh, du musst den ganzen Tag arbeiten. Oh, ich glaube, da kommt der. Oh, da können wir uns mit ihnen unterhalten und gucken, wie ihre Arbeit war. Oh, der kommt ganz langsam. Oh, der fliegt auch ganz hoch. Warum fliegen die immer alle ganz hoch? Das verstehe ich nicht. Oh, jetzt kommt der runter. Oh Gott, schön, dass sie da sind. Oh, ich habe sie vermisst. Sie haben aber richtig hart gearbeitet. Sie schwitzen aber richtig. Oh, sie stinken richtig. Gott. Oh, Popo. Schön, dass du hier bist. Ja, du hast auf mich gewartet. Ja, ich stink ein bisschen. Ich schwitze. Ich gehe gleich duschen. Ist alles gut. Oh, gut, dass sie mein Stock habe zum Anlehnen. Oh, brauche ich mich hier nicht so anlehnen. Oh, Popo. Mit wem sprichst du denn da? Mit Zuschauern? Darf ich auch mal sehen? Ja? Oh, wie schön, dass ihr hier seid, Freunde. Oh, ich habe gearbeitet. Jetzt stinke ich. Oh, Popo. Was hast du den ganzen Tag gemacht? War es so interessant so? Ohne mich? Oh, ich habe nur gearbeitet. Nur getippt. Und mit Kunden geredet. Aber Kunden immer sehr stressig. Oh, ganz stressig. Kann man nur Kopfschütteln? Oh Gott. Ja, sie haben recht. Ja. Nur Kopfschütteln. Ja, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Gasputzen? Oh, das was man kennt. Oh, aber es waren ein paar Leute hier. Vegeta war hier. Zongoku war hier. Wir haben trainiert. Oh, aber auch nur geredet. Vegeta hat man sich selber gespielt. Oh. Oh. Er konnte nicht mehr Zongoku nehmen. Oh. Zongoku. Weiß nicht. Zugucken. Kann du los? Aber Zongoku ganz stark. Ganz stark. Ja. Ganz stark. Oh. Dann war noch der da. Und der und der. Die wollten alle gucken. Oh. Kermit war auch da. Wissen gucken. Aber Kermit bei dir auf Arbeit. Kermit überall. Oh. Oh. Na gucken. Oh. Alles ist gut. Sonst habe ich nur Essen gemacht. Oh. Du hast ja wirklich viel erlebt. Aber ich auch. Aber jetzt gehe ich erst mal duschen. Oh. Was. Gucken mal. Wer da kommt. Oh. 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 Mal wieder jemand Neues. Oh. 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 Oh ja. Oh. Mal wieder jemand Neues. Oh. Ist das schön. Immer hier oben. Oh. 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 Gehen wir mal hin Gott. Gehen wir mal begrüßen. Ich bin auf Planeten Erde angekommen, das ist schön, oh, 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 wer seid ihr denn, seid ihr König vom Planeten, oder wer seid ihr, oh, muss ich wissen, oh, mein kleiner Junge, du bist ziemlich weiß und hila, oh, was machst du hier? Du hast nichts verloren, den kenn ich nicht, ach, ich bin nicht König, bin Gott, Gott von diesem Planeten, Beherrsche und Regierer hier, das ist meine Macht, was wollen sie hier, kann ich ihnen helfen, oh, ob sie mir helfen kann, oh, ja, natürlich, ich muss euch vernichten, wenn ich das noch hinbekomme, nee, ich suche jemand, ah, ich suche Bruder, Bruder, muss hier sein, irgendwo, wo ist er, muss man sich reden, es wird Zeit, wir können die ganze Zeit hier schwinzen, einfach hier so rumhängen, das geht nicht, wir haben viel zu tun, das Universum ist noch sehr groß, ja, sehr groß, was sagen sie mir, oh, haben sie gesehen, so muss ich alles vernichten, oh, wir gesehen, aber nun, oh, doch, arbeitet mit Kerner zusammen, ja, stimmt, der war auch mal hier oben, der arbeitet immer mit Kerner zusammen, macht gute Arbeit, macht immer Dokumente, schreiben, Rechnungen, alles gut, ja, den finden Sie bei der Bank, bei der einen Bank, hier meine Bank, ja, genau das Richtige, hier meine Straße, da unten, da arbeite ich auch, ein bisschen gucken, arbeiten, schreiben, telefonieren, oh, ganz normal, ja, gehen Sie mal besuchen, oh, vielen Dank, ja, das ist sehr nett von Ihnen, ja, aber, muss ich aber erst mal suchen, haben Sie Glück gehabt, dass ich das nicht zerstöre, aber Sie sind ja ein Gott, oh Gott, die Götter muss man zerstören, was, Sie wissen das ja, Gott, die Zerstörung und so, oh, ja, der ist immer noch stärker als ich, na, aber egal, bald sind wir stärker, Füßer, wir müssen ein Team gründen, wir müssen stark werden, fusionieren, dafür sind wir das weltmächtigste Wesen aller Zeiten, auf, äh, ja, äh, boah, ich weiß gar nicht, wohin, ich weiß nicht, wo die eine Bank ist, keine Ahnung, was macht man da, ich weiß nicht, oh, Sie müssen runtergehen, na, da unten, und suchen, ja, finden Sie ganz schnell, Sie sind ja fix, Sie sind fix, auf fusionieren, das ist nicht gut, dann ist man immer stark, oh, hält sowieso nicht lange, oh, aber, ja, das ist, das ist schon gut, ja, das ist eine gute Idee, gehen Sie zu Ihrem Bruder, oh, wir hängen hier weiter und machen nichts, ja, Popo, warte mal, okay, dann bin ich wieder weg, oh, man sieht sich, okay, oh, wo ist Bruder, ich komme, Bruder, Früßer, wo bist du, rein, ich komme, oh, pass auf, jetzt komme ich runter, oh, Gott, das ist nicht gut, wenn die funktionieren, aber, weißt du was, das ist Bruder, von Früßer, noch stärker, das ist nicht gut, das sollen alle zerstören, die Zerstörung ist ja nicht mehr da, also, das ist ja stärker jetzt, das ist immer noch stärker, oh, was geht da auch, das sind richtige Lappen, sind das, oh, Gott, wir haben wieder was zu gucken, bald wieder Kämpfe anstehen und, ja, wir müssen uns so gucken, mal gucken, wer gewinnt, alles wird gut, ja, aber ich putze erst mal Gras, es geht mal weiter, oh, ja, Popo, das ist gut, alles ist nicht genauso, mal gucken ist gut, aber wenn die funktionieren ist, ist nicht gut, naja, putze mal der Gras, ich gehe mal ein bisschen runter gucken, oh, Popo, was gibt es heute zum Mittag, hast du schon was fertig, nein, ich habe noch alles fertig, oh, nein, noch nicht, oh, Moment, mal fertig, wird der Stall fertig sein, boah, heute gibt es nur den, ja, lecker, oh, Beidkämpfe mit Früßers Bruder, Cola, der ist ziemlich cool, als Cola, aber nicht mehr, oh, aber zum Guckhund, wie geht der Kämpfende, immer noch mit den anderen, mit Nappa, wir müssen zusehen, weil die beiden bekommen Früßers, Bruder, ja, der ist stark, können nicht beide auf einmal ein bisschen, das wird, naja, oh, Zücher, was macht ihr denn jetzt, ein bisschen gucken, oder was, ja, wo seid ihr denn, ah, da seid ihr ja, boah, jetzt könnt ihr abschalten, ja, morgen geht es wieder in eine neue Folge, oh, haltet doch euer Arm steif, steifer geht es nicht, oh, ich gucke, oh, haltet doch,